Ghost, die Kennzeichen stimmen. Verstanden. Irgendwas von Rochas rechter Hand. Negativ. Sie haben schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihm. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Ghost, wir haben hier ein Problem. Runter! Runter! Er haut ab. Roach, schnell los! Na los! Durst? Unser Fahrer ist tot. Wir sind zu Fuß. Treffpunkt beim Hotel Rio und in den Wigensstein. Verstanden. Bin auf dem Weg. Er ist in die Gasse. Vorsichtig schießen. Wir brauchen ihn lebendig. Roach! Zielen Sie auf seinen Bein! Er ist getroffen. Das wird einige Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Meat und Royce durchs Elendsviertel und suchen Sie nach Rochas. Er ist dort rein. Los jetzt! Achtung! Es sind Zivilisten im Elendsviertel. Platzierte Schüsse setzen und vorsichtig vorgehen. Meat schaffen Sie die Zivilisten raus. Roger! Wir haben die Zivilisten im Unterlanddorf angegriffen. Roach, ich bin bei Ihnen! Auf die Denker! Los! 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 Los from the 일! Los im Iben!" Los Juge haben. Derjen Sie升 werden. Towel Ciel hat gut geschickt. Los! Voy bei um Weichern! Los im son. Händen ihn aus! Hatt ein unbeschützendes Ziel! Ziel entfassend! Komm, wir tun jetzt noch auf den! Aktivität! Fenster, wir haben geschockt! Wir schieben ihn aus! Wir schieben ihn aus! Wir schieben ihn aus! Royce, Lagebericht! Over! Überall Beliebenskämpfer, aber kein Zeichen vom Rochard! Over! Verstanden! Weiter suchen und Bescheid geben, wenn Sie ihn sehen! Ende! Verstanden! 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 Wiederholen! Wiederholen! Wir tun uns die Winde! Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist Feindgebiet, Roach. Die kennen sich genau aus. Achten Sie um Interesse und gehen Sie vorsichtig vor. Auf die Dächte achten, Roach. Wir wurden schon von Raketenwerfern und MGs von oben beschossen. Roach, wir sind unter starken Beschuss von der Miliz. Aber ich verfolge Roachos immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn, Ghost? Bestätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Das wird ihn aufhalten. Roach, wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vorrücken und abfangen. Los, los! Weiter. Roachos fährt sich immer noch hier auf der Seite des Elendstrittels. Los, lassen Sie sich nicht zu lange von der Miliz aufhalten. Blitzgranaten einsetzen. Ich habe ihn wieder verloren. Ghost, reden Sie mit mir. Ich bin an ihm dran. Er versucht sich hier unten an den Gassen rumzukehren. Verstanden. Bleiben Sie dran. Sie sind auf der Duellen, ist klar. Ich habe mich nicht zu langen. Aber sich kontakt zur Ruhe. Er ist auf dem Markt. Verstanden. Wir sind unter starken Beschuss von der Miliz. Aber ich verfolge Roachos immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn, Ghost? Bestätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Das wird ihn aushalten. Roach, wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vor, Rückrundabfang. Los, los! Roachos, wer sich immer noch hier auf der Seite des Elendstrittels. Er liegt nicht zu lange von der Miliz aufhalten. Blitz! Roachos, wer sich immer noch hier auf der Seite des Elendstrittels. Roachos, wir sind unter starken Beschuss von der Miliz. Aber ich verfolge Roachos immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn, Ghost? Bestätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Das wird ihn aufhalten. Roachos, wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vor, Rückrundabfang. Los, los! Roachos, wer sich immer noch hier auf der Seite des Elendstrittels. Roachos, lassen Sie sich nicht zu lange von der Miliz aufhalten. Blitz kann Ersten einbinden. Ich habe ihn wieder verloren. Ghost, reden Sie mit mir. Ich bin an ihm dran. Er versucht, sich hier unter den Gassen umzukehren. Verstanden. Bleiben Sie dran. Und das hat die Gassen gewinnt, das hier. Habe Sichtkontakt zu Roachos. Er ist auf dem Markt. Verstanden. Ich gehe auf die Dächer und versuche, ihn von rechts in Vegas zu schneiden. Er muss dann nach Westen. Ich stehe unter starken Beschuss von der Miliz. Ich glaube, ich kann ihn auf dem Markt nicht erfassen. Ich muss einen anderen Weg setzen. Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt. Ich kann sehen, wie Roachos über die Dächer rechts von mir läuft. Verstanden. Roach, mit drei Kiefer zu der Anwärter des Hügels, halten Sie die Augen nach Roachos offen. Er kommt über die Dächer. Ich sehe doch was, Sir. Ich kann einen sauberen Beinschuss passieren. Dann lassen wir ihn. Negativ. Das Risiko ist zu hoch. Nicht angreifen. Mist. Verstanden. Gehen Sie weiter den Hügel herauf, Roachos. Ich habe ihm den Weg abgeschnitten. Er muss nach Westen, über die Dächer. Roachos. Er kennt das Gebiet Thun, aber wir können ihn einkesseln. Nicht nachlassen. Roachos. 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 Ich habe Roachos gefunden. Er versucht zu entkommen in Ihrer Richtung. Nicht auf ihn schießen. Wir brauchen ihn lebend und unverletzt. Roachos. Wir schreiten die Mooden aus dem Held in den Weg ab. Weiter in dieser Richtung treiben. Los, los! Auszubereiten die Mooden aus dem Held. Losぞttars independ wurden scheissette. дв ל� busesher. Ich will niemals werden in der Abbaus. τους V 치workers sind gut von Röschbach. Dürfen sie weg. Los, er will das Motorrad nehmen. Jetzt nicht mehr. Sehr gut, er geht wieder nach rechts. Roach, nicht schießen, wenn Sie ihn sehen. Ich baue ihn unverletzt. Roach, er bewegt sich in Ihre Richtung. Los, los. Roach, er ist wieder über einen Zaun gesprungen. Er nähert sich dem Rand des Elendsviertels. Verein Sie sich. Los, los. Haben Roach aus dem Auge. Halt. Scheiße, er kommt zu ihm zurück. Weiter auf den Hügelteilen. Wir schweiten ihm oben den Weg ab. Treibt ihn weiter auf den Hügelroad. Er darf nicht umkehren. Wo ist er? Wo ist er? Er rutscht dort drüben über die Blechdächer. Könnte wieder einen Beinschuss setzen. Negativ. Es sei denn, Sie wollen, dass uns die ganze Militär nachher einpickt. Ich bauche ihn unverletzt. Ich wurde dort aus. Geht's, ich gehe ganz nach rechts. Er entwischt uns! Nein, tut er nicht. Frontrunner, hier Bravo 6. Wir haben das Paket. Kommando, bereit zum Start. Der Heli kann kommen. Koordinaten folgen. Verdammt, der Himmel ist frei. Den Heli sofort schicken. Das Kommando hört nicht auf uns. Untertitelung des ZDF, 2020